Und dann herzlich willkommen zurück zu meinem Kampf, hoffentlich, bei Pokémon Tactics auf Nintendo Switch mit mir von der Let's Plays als Hobby. Und wahrscheinlich Computer. Yes, bis gleich. So, da haben wir den nächsten Kämpfer. Das ist Mana. Oh, diesmal Gruppe C3 aus Amerika. Mit Routiner. Warten wir jetzt auch schon lange nicht mehr ausgibt, ne? Die wartet wohl auch gern. Bitte warten. Huh, was? Ich war im Angriff, wo das war Sonnenlist. Ach, komm. Das war Konter. Ey. Aber trotzdem, zweimal Sachen irgendwie, wo ich mir dachte, hä? Kann doch gar nicht sein. Sag mal. Was geht denn ab hier? Aber wir trinken. Ich bin Mann, wo ich überhaupt nicht sehe. Aber wir trinken. Ich bin Mann, wo ich bin. Oh. Ich bin Mann, wo ich bin. boah das gibt es doch nicht ich hatte schon gegen gruppe d anscheinend so probleme dass die mir jetzt schon fast vorkam die gruppe a oder so alter diesmal ging der kampf schneller verboten ja auch wieder schnell vorbei aber negativ auf mich schade ich hoffe wir sehen uns trotzdem beim nächsten kampf wieder und ja bis gleich oder bis später wie auch immer euer von der letztes als hobby tschüss